hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video es gibt heute wieder favoriten und es gibt mir traditionen bei meinen favoriten und das sind die dinge die ich nicht hochheben kann die kommen ganz zu anfang und es gibt diesmal keine serien keine filme keine podcast sondern den pixel krieg und ja es ist das was nachdem sich anhört place auf reddit macht es jedes jahr das eine aktion davor mann oder von gehört jetzt habe ich direkt mitgemacht dieses jahr und das macht mir so große freude jetzt sogar an den bord installiert damit der automatisch diese pixel setzt du kannst alle fünf minuten pixel setzen und bilder mitmachen und das geile ist ich war gestern bei papa platte im stream drin und wie ist es nochmal technoblade was genau technoblade technoblade logo wollten sie erst über die türkische fahne machen und türkei war zu stark werden überhaupt keine chance und hat sich die geschichte erweitert und es kommt immer ein bisschen template dazu das ist total interessant wenn sie das erwarten wie schnell in dieses weiß die ganzen farben reingehen das sieht immer so geil aus und da gibt es so timelapse auch kann ich empfehlen wenn ihr mal danach gucken möchte und dann haben wir gestern diesen technoblade bild zusammengearbeitet mehrere leute von mehreren streamern und ich war bei papa platte mit dran und bei ihm war das sogar du konntest in den bildern die koordinaten immer direkt angucken könntest du mal gucken wohin wo ziehen muss und da kannst konntest du den bild so am entstehen wirklich zu gucken ich fand das richtig klasse auch diese ganzen bilder die auf der deutschland verhandelt auf sind die sind auch mega mega gut geworden also man kann mich echt mit ganz 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 kleinen dingen begeistern und das ist so eine sache wieder raus gekramt einen ring den habe ich damals bei h&m gekauft jetzt kaufe ich locker schon seit zehn jahren nicht mehr direkt im laden ein sondern ihr wisst ja secondhand mäßig so konzerne wie h&m sollte man nicht direkt unterstützen und das tatsächlich an modisch nur kriegen wir aber nicht er sieht so aus als könnte er aber er sagt nicht ab und deswegen trage ich den auch so gerne weil der einfach gut am finger liegt der ist hinten offen also da kann man auch ein bisschen dicker werden und ich mag den ich werde auch immer wieder angesprochen was den ring betrifft das ist mega lustig ich vergesse manchmal dass meine amazon wunschliste ja öffentliches und ich hab's letzten mal einfach mal so nach casio uhren geguckt und wollte mir ein paar merken und habt ihr meine wunschliste bei amazon einfach nur so reingepackt und dann war ich natürlich um so buffer als grob eine woche später dann diese uhr hier bei mir im briefkasten war das schon wieder vergessen dass die öffentlich ist ich wollte mir die uhr nur merken aber das sind die überraschungen die einfach das das war damals bei der flasche auch so also ich habe mir so warte mir gewünscht und habt ihr meine playlist angepackt und bin gar nicht davon ausgegangen dass die mir irgendjemand kauft und wenn mir was so ich habe mir eine geholt im laden und habe die direkt kaputt geschmassen und dann hat es jemand von meinen zuschauern gesehen hat mit leid gehaftet hat mir dann die flasche geholt habe ich heute jetzt immer noch und das sind so die überraschungen die materiellen überraschungen vor allem die ich einfach unwahrscheinlich feiere es geht nicht darum viel zu bekommen sondern besondere dinge zu bekommen und da geht die uhr auch ein herr ich weiß bis heute noch nicht wer es war an der stelle nochmals wirklich danke das war wirklich eine richtig krasse nummer ich habe mir tatsächlich für drei euro athletics schuhe gekauft das mega krass oder diesen von selby die sind gebraucht die hatten nur also die sohle war dreckig man jetzt ist sie dreckig weil ich habe sehr angehabt die war ein bisschen dreckig hinten war ein bisschen verfärbung aber ansonsten waren die schuhe top 3 euro und ich liebe die und wer athletics nicht kennen das ist hat eine nachhaltige marke und mein kurs man zahlt für die flachen glaube auch so die 30 40 euro weil sie sitzt nicht auswendig aber ich bin ganz froh dass ich die gefunden haben weil die lieb ich wirklich weil die sind mega mega bequem und ich war wollte ich schon lange so halb hohe haben und muss dieses jahr mich von zwei paar schulen trennen weil die hat einfach kaputt waren und haben die echt gut in kram gepasst so eine sache kommt jetzt die mir ein bisschen peinlich ist die darf mir auch ein bisschen peinlich sein das ist eine tasche die nehme ich auch aber bei der tasche musste aufpassen das ist kein leder das ist kunstleder dass die ist nicht wasserdicht absolut nicht zumal die oben hat nur so ein knopf hat was aber manchmal gar nicht so übel ist das jetzt auch eine zeit lang getragen taschen die für mich ein bisschen geschickter sind welche immer so viel zeug mit mir rumschleppe sind dann so größere taschen und das ist eine gebrauchte tasche von sir oliver ich habe ja gesagt die zwei taschen werde ich mir nicht mehr holen weil die nur bei mir kaputt waren und hat dann großkotzig gemein ich hole mir jetzt eine aus leder und die war innerhalb von einer woche kaputt da war der reißverschlussbank kaputt ich habe die dann immer noch getragen aber die ist halt so geschnitten dass du diesen reißverschluss halt einfach brauchst ich werde die auf jeden fall nähen lassen aber das kostet mehr als mir die tasche gekostet also als ich für die tasche bezahlt habe weil ich jetzt schon denn ich muss sie speziell richten lassen weil wie gesagt das ist leder und das kann halt auch nicht in jeder nähen auch kunstleder kann ich in jeder nehmen und ich habe erst überlegt so weg ich ab bringt das aber ich mag die tasche eigentlich schon ganz gerne naja war halt ein bisschen pech weil schon am anfang hier oben so ein ring kaputt gegangen hast und musste nun eigenen ring reinziehen naja egal die beiden taschen die ich euch jetzt gezeigt habe die von momox fashion dass man glaube ich ein bisschen mehr aufgehoben was so dinge betrifft die ein bisschen länger halten sollen denn die andere tasche schon sehr p und ich glaube da wurde einfach nicht darauf geguckt was für die qualität das hat und das wurde auch nicht mit kommuniziert normalerweise wird das im fenster immer mit kommuniziert denn ich glaube das ding mit dem reißverschluss das war vorher schon defekt den hat einfach keiner gesehen hat ich probiere gerade eine sonnencreme aus das ist die hier von juki das ist von manuel neuer und angelic körper ihr wisst ihr ich habe ja die große getestet fand die gar nicht gut also auch im körper finde ich einfach nicht gut ist kein schönes ich führe ich dachte mir aber zwei sportler müssen eigentlich ja ein bisschen mehr ahnung haben die schon das sind dreckig müssen eigentlich eine ahnung haben was so produkte betrifft weil du möchtest ja dementsprechend gerade nur als fußballer oder als tennis spielerinnen die ganze zeit der sonne ausgesetzt was dann brauchst du gute produkte und dachte mir kommen jetzt gibt es der ganzen sache noch mal eine chance die ist das relativ teuer du kriegst nur 30 ml für 15 mit porto bezahlt das hat schon viel geld aber die ist auf meiner haut zieht die creme weckt das könnt ihr euch nicht vorstellen du hast wie so ein lack dann auf der haut und das funktioniert bei meinem haut also bei meinem hauttyp ich habe eher mischaut in richtung fertig funktioniert das anscheinend richtig gut ich habe jetzt erst mal aufgetragen und mehr dazu zu sagen da brauche ich noch ein bisschen der wird auf jeden fall ein ganz komplettes video dazu geben ich hätte nicht gedacht dass sie mir gefällt so ein oldie but goldie jeder kennt das produktes von alverde das ist augenbrauengehe inzwischen kriege ich natürlich auch graue haare auf dem kopf aber umso mehr habe ich in den augenbrauen und da hilft es ganz gut also deshalb dann meine augenbrauen in der perfekten farbe ein mit den stiften bin ich nicht so ganz cool aber damit das funktioniert für mich halt immer noch am besten und da habe ich schon etliche fläschchen leer gemacht das ist eine relativ neue jetzt und die sachen die sind so schnell weggebracht besonders die augenbrauen stifte gerade dieses blond das passt hat für so viele typen denn meine augenbrauen sind ja nicht ganz schwarz na also zwar relativ dunkel aber echt nicht ganz schwarz und absolute liebe und das schon relativ lange ich habe jetzt erst wieder gemerkt wie mir das shampoo gefehlt hat das ist halt wesentlich besser als das shampoo von rossmann dass ich verwende das hat auch seine data einsberechtigung weil ich halt einfach auch ab und zu mal ein bisschen intensiver waschen möchte das ist auch super gut keine duftstoffe sagt sie auch schon ultrasansitiv wobei man bei diesem produkt noch mal ein bisschen aufpassen muss das marketing bei dem rossmann produkt gefällt mir nicht jeden tag waschen und so wenn ich so was zu meiner hautärzt sage sagt ihr und dann gottes willen nein sie dürfen niemals jeden tag ihre haare waschen ich bin gerade wieder so ein bisschen schwierigkeiten mit der kopfhaut und da ist es ein ganz tolles produkt hier auch ein bisschen mehr dynamit drin was die haut bisschen beruhigt da gibt es eine spülung dazu ich brauche keine spülung weil meine haare so schon ihr habt gott sei dann viele haare aber feine haare und sie sind halt auch immer weich und spülung war wieder echt keine aber da gibt es noch eine spülung dazu und auch da habe ich schon locker drei flaschen leer gemacht und bin eigentlich ganz froh dass das produkt gibt glaubt schon häufiger jetzt in die kamera gehalten als die 162 von narin ist es ist halt immer nicht ganz so spannend ich habe ein ganzes video zu meinen paar fest lieblings war fast gemacht das kann ich dir gerne unter mir verlinken das habe ich eine zeit lang man sieht auch links liegen gelassen also da fehlt nicht viel und ich habe mir aber auch relativ viele dürfte auf einmal geholt man sieht sie immer da im hintergrund stehen und die 162 die man mir irgendeine zeit lang egal oder so und das liebe ich aber im moment und trage es relativ häufig es ist für mich auch so ein no brainer das habe ich immer ben bern schneider in den ohren der sagt parfüm trägt man nie für sich selber sondern für die anderen weil man selber riecht hat irgendwann auch nicht mehr und man möchte ja dann auch nicht zu aufdringlich sein und zu viel auftragen und ihr kennt die leute die auf der straße laufen und die richtige fahne hinter sich herziehen man will ja nicht zu viel irgendwie drauf haben ich lieb dafür und das darf man mir einfach im sommer auch gar nicht fehlen auch im winter nicht man versteht mich nicht falsch aber im sommer sind eher die frischen feineren dürfte und da fällt die 162 hat echt mit rein ich muss endlich aufhören euch immer nur den neuesten scheiß zu zeigen denn es geht ja auch um die favoriten die man eigentlich schon da hat und die man wieder feiert aber ich weiß nicht ob ihr das kennt verschiedene dinge nimmt man im leben einfach zu selbstverständlich und wenn dinge einfach funktionieren für einen und die hat man halt schon lange dann nimmt man die auch nicht mehr ganz so war und wie ist es bei euch als frau mit handtaschen ich mache meine hand einfach irre schnell kaputt habe ich das gefühl und das wird der ledertasche war halt jetzt ein bisschen pech und wir sagen ich werde mich an der stelle wieder ab bedankt mich bei dir fürs einschalten gibt diesem video gerne einen daumen nach oben und hinterlassen kommentar ich sag danke fürs einschalten bis zum nächsten mal tschüss